So, willkommen zurück und nach dem anregenden Gespräch mit Onkel Wolfgang verlassen wir erst mal wieder unsere Bude und stellen wieder weitere Nachforschung an. Die gute Grace, hat die noch was für uns? Hast du eine Minute, Grace? Was ist denn? Hast du für mich keine Messungen? Nein, jetzt keine. Jetzt geht's. Könntest du für mich etwas Forschung machen? Klar, was? Ich kann nicht mehr über alles denken. Okay. Ich gehe noch ein bisschen weg. Sei vorsichtig. Ähm, ich gehe mal zum Threathof. Vielleicht finden wir einen Anhaltspunkt bei den Gettle. Äh, nicht Sarg? Tomb? Wie nennt man das denn? Mausoleum. Ich muss irgendwo einen Anhaltspunkt finden, ob Thetelo hier ist, hier vergraben wurde oder auch nicht. Aha, der Knopf ist freigelegt. Die Marmortafel ist nach oben geklappt. Ein Knopf befindet sich darunter. Drücken. Ach halt, ich hab was vergessen. Gabriel hat das entfernte Geräusch von splitterndem Glas. Äh? Schau, du denkst, es wird ein Licht sein. Ja, ich muss einmal kurz raus, ich hab was vergessen. Das war nämlich das, was ich in der allerersten Folge gesucht hab, wenn ihr euch daran erinnert. Im Gables Raum blieb nämlich ne Taschenlampe. Und das den hab ich vergessen. Hey, Grace. Ja, ja, das haben wir schon gehabt. Da steht sie. Mensch, fällt mir sofort ins Auge. Das gibt's doch nicht. Naja. Ich brauche ein Licht. Ja. Auf jeden Fall. Und nochmal zurück. Sorry deswegen. Dumm gelaufen. Passiert nicht wieder. Halt die Zeitung gelesen. Ah. Ich gehe jetzt ein bisschen raus. Sei vorsichtig. Ach, scheiß auf die Zeitung. Nein, nicht auf die Zeitung. Scheiß nicht, ist wichtig. Mein Gott, ist das im Chaos ja am Anfang schon. Ich wusste, du mich vermisst. Es ist einfach zu spät schon jetzt hier, gerade nachts. Timespeakun vom 24. Juni 1993. Nichts Neues über die Voodoo-Morde. Gabriel findet eine Glosse. Das Leben ist verrückter als die Fantasie. Angeblich wurden in der letzten Nacht einige Geister am Bio St. John gesichtet. Einige Leute haben die Zeitung angerufen und von seltsamen Geräuschen und Ehrlichtern um Sumpf berichtet. Einige Leute behaupten, den Geist von Marie Laveau gesehen zu haben. Die Zeitung hält es für etwas ähnliches wie Halloween. Gebiels Horoskop, wo heute lautet. Weise ist der Krieger, der weiß, wann er kämpfen muss und wann er aus der Stadt verschwinden muss. Das ist doch ein Hinweis. Gott, hilf mir, ich beginne zu hören zu diesem Mann. Ich gehe jetzt ein bisschen raus. Sei vorsichtig. Welche Sorgen volle so klingen, ne? So, und nochmal zum Friedhof. Jaaaaaaaaaaaa. So, mach. wieder an unserem Friedhof, an dem Grab unserer Mutter vorbei oder wie die komische Casano sagen würde, Mother und rein nochmal. Und die Taschenlammern. Das hat geknallt vorne wahrscheinlich, das Glas. Glas Scherben, überall Sargschubladen, oder wie das heißt. Oh, die hat einen Ring in der Mitte. Diese Grabnisch ist mit einem Muster gekennzeichnet, das an einen Wewe erinnert. Genau, so ein runder Kreis. Vielleicht sollte man die mal aufmachen. Mosley! Scheiße, ich habe meine Flaschleife verbreitet. Hä? Autsch, mein Kopf, was war das? Mosleys Körper ist weg. Brieftasche, aber egal. Er muss aus Mosleys Jacke, Jacke, Jacke gefallen sein, als sein Körper weggeschafft worden ist. Mitnehmen. Tja, Mosley. Das war's wohl mit unserer Story. Aber jetzt ist aber seine Brieftasche. Ist einfach drin, was wir gebrauchen können. Aber er hat doch allein gegen alle gekämpft, ne? Also war klar, dass es eigentlich ihn erwischen müsste nach der Zeit. Brieftasche eines Herren. Unbeschriftet. Gabriel öffnet die Brieftasche und findet einen Personalausweis von Mosley und eine American Express Kriebkarte. Super, ist aber doof. Mosley ist da, aber seine Karte verfällt im nächsten Monat. Damit können wir uns auf jeden Fall mal was leisten. Noch was zu gucken. Ähm, ich glaube, das war alles, was wir brauchten. Was hat uns denn da erwischt worden? Oben hängt nichts. Die kaputte Lampe. Ach, da siehst du. Jemand hat die einzige Lichtquelle in diesem Raum zerstört. Kein Wunder, dass es hier so dunkel ist. Hier war doch keiner drin. Na gut. Hier gibt's nichts zu holen, ja? Hm. Was kann man denn noch tun? Sag mal, wo können wir denn noch hin? Es gibt doch nichts mehr. Ich muss Hinweise finden irgendwie noch, hm. Aber ja. Hast du noch was zu sagen, Opa? Könnte ich eine Minute von deinem Zeit haben? Hast du was zu sagen, Junge? Geht's, wenn ich dein Gehirn eine Minute schreibe? Geht's, diese Leute sind nicht in kein Wettbewerb. Äh. Hm. Ich glaube, der kann sich nicht mehr helfen. Vielleicht irgendwo den Radar-Trommer nochmal abhören, aber... ...das bringt noch, weiß ich nicht. Äh, wo können wir denn noch hin? Jetzt sind wir das. Bullen können's auch nicht mehr helfen. Letzene Square. Wobei geht geschlossen immer? Das würde mich ja überhaupt nicht. Ähm. Ich weiß nicht. So, vielleicht schon zurück in die Buchhandlung. Hm. Ich würde sagen, wahrscheinlich jetzt, wo ich die Kreditkarte habe, muss ich jetzt wohl nach Deutschland fliegen, denke ich mal. Da gibt's ja nichts mehr zu finden eigentlich. Ich versuch das mal einfach. Ich ruf einfach mal... Ähm. Hab ich auch eine Nummer für eine Reiseagentur? Wo ist das Telefonbuch? Ich sehe das Weltbüro, ja. Ich ruf einfach mal an und frage, was los ist. Bin mir nicht sicher, ob ich da was brauche. Aber wo sollt ihr denn was holen? Aber wo sollt ihr denn was holen? Wo hast du denn? Ich hatte mich über dich gefroren. Für gute Grund, wahrscheinlich. Was ist passiert? Du, du brauchst einen Doktor? Nichts, was du darüber wissen willst. Und nein, nur ein paar Aspirin. Gabriel, das ist verrückt. Du musst nach New Orleans rauskommen. Nein, ich schade. Okay. Na, hör mal. Wolfgang kam, wo du warst. Er sagte, und ich sage, Ich sage Gabriel, dass ich gefunden habe, was ich für mich war. Es ist Zeit für mich zu machen. Schloss Ritter ist jetzt. Oh. Nun, ich sage mich verrückt, aber ich glaube, das ist nicht gut. Nicht für Uncle Wolfie, nein. Was soll ich das machen? Wenn ich das herausfinde, werde ich dir wissen. Ja, ich werde jetzt mal die Reiseagentur anrufen. Wenn wir jetzt wirklich in das Schloss Ritter kommen sollen, dann machen wir das auch. Und wenn er was gefunden hat, dann ist es natürlich noch besser so. Wie war die Nummer nochmal jetzt vom Reisebüro? Muss ich mal kurz, äh, schauen nochmal. 5, 8, 5, 11, 30. Okay. 5, 8, 5, 11, 30. Okay. 5, 8, 5, 11, 30. Mensch, nicht die selbst anklicken. 5, 8, 5, 11, 30. 6, 11, 30. Hello. See the World Travel Agency. How may I help you? Yep. How much for a trip to Rittersburg, Germany? Rittersburg, Germany? Hold on, let me look that up. I can fly you into Munich. That's the closest airport to Rittersburg. You can rent a car from there, or take the train. Let's see. The best price I can see for the flight, is $1400. What would you like to do? Charge it to my Americans repressed. Yes, sir. And your name was? Mosley. American repressed. Gabriel fühlt sich nicht ganz wohl in seiner Haut, als hat Mosleys Karte bezahlt. Er erfährt, dass er sein Ticket am Flughafen von New Orleans abholen kann. Okay. Dann wäre das auch erledigt, also bleibt nichts anderes übrig, mehr als sie abzuhauen. Das ist das Radio. Guess was? Ich gehe nach Deutschland. Wirklich? Das ist großartig, aber wie auf der Erde könntest du das? Ein Mann muss tun, was ein Mann muss tun. Oh mein Gott. Ich mag das Geräusch, sogar wenn du ein Mann waren. Ich freue mich auch, Grace. Gut. Ja, Grace. Dann mach's gut. Tschüss. Goodbye, Gracie. Good luck. Let me know, was going on, will you? Of course. Ich rufe auch an. Mach's gut. Ich finde es ja nicht so gut, dass wir sie so alleine zurücklassen, aber sie kann ja gut auf sich selbst aufpassen. Und wir fliegen jetzt ab, weil in New Orleans gibt es nichts mehr zu tun. Es ist nichts zu tun, es ist nichts mehr zu holen hier. Es heißt, Teatelo muss wohl in Afrika irgendwo sein. Geben wir heute Flugtickets am Flughafen ab und besteigen das Flugzeug nach München. Wolfgang? Hallo, mein Name ist Knight, Gabriel Knight. Herr Neid, oh, kommen Sie bitte, Herren. Ich meine, komm in, bitte, Herr Neid. Ich war nicht erwartet, hat Wolfgang sendt Sie hier? Uncle Wolfgang? No, ich kam zu sehen, ist er nicht hier? Nein, er ist weg. Ich bin sorry, Sie kam all diese Weise. Oh, great, das ist alles, ich brauche. Herr Neid, Wolfgang told me all about you and gave me instructions for you to feel welcome here. Please, this is your home. You are a Ritter, no? I am just doing some work. I will continue and you may make yourself comfortable. If there is anything you need, please ask me. You may use Wolfgang's bedroom, it is at the top of the stairs. Thank you, Miss, uh... You may call me Gerda, Herr Neid. Gerda, was ist das für ein Name? Ja, jetzt gehört uns dieses schicke Schloss ganz alleine und eine hübsche Bedienstete haben auch noch gleich hiermit zu. Okay, du hast auf der gute Onkel ist abgehauen. Ähm, können wir kurz mit Gerda quatschen erst mal. Erst mal anschauen. Jung und attraktiv, okay. Und schildkartoffeln fürs Leben gerne. Gut. Und kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, natürlich. Was kannst du mir über Voodoo erzählen? Wolfgang ist der einzige, der würde über das wissen. Was kannst du mir über die Voodoo-Mörder? Was Mörder? In New Orleans. Oh, ich habe nicht von ihnen gehört. Ich bin sorry. Okay. Okay. Du musst hier nichts drüber fragen. Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Ich weiß überhaupt nichts fragen. Wir wissen uns über das. Sag mir, was du wissen möchtest über Schattenjäger. Wie Wolfgang hat dir gesagt, Schattenjäger bedeutet Schattenjäger. Die Redefamilie haben immer Schattenjäger. Es ist ein Kind von Priester. Aber nicht so restriktiv wie die meisten. Darüber weiß sie bestimmt nichts, oder? Habt ihr ever heard of Dumballa? Das ist etwas, das Wolfgang would know about her night. Okay, dann können wir uns persönliche Fragen stellen. Sag mir über Wolfgang. Was würdest du wissen? Woher glaubst du, Wolfgang gewinnt? Ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, er hat wieder auf den Schattenjäger gegangen. Er ist zu alt für solche Schattenkriege. Sein Herz ist sehr weich. Er hat diesen Garten nicht seit fünf Jahren verlassen. Und wer weiß das? Do you know, when he'll be back? I only pray he will be back. Before he left, he said, Schlossreda now belongs to Gabriel. It worried me so, to hear him say that. I'm afraid Wolfgang knew he would never return. What is Wolfgang like? Wolfgang is a truly wise and good man. The best I have ever known. But his life has been so full of disappointments. What kind of disappointments? His only son died in infancy, so there was no one to carry on the family line. And the family's financial troubles have been hard on him. Wolfgang wanted to do so much for the world, but it was all he could do, just to hold on to Schlossreda. He has not left his mark as he wished to. What is your relationship with Wolfgang? Herr Knight, my relationship with your uncle is really none of your business. You're right, Koda. I apologize. Forget I asked. Hmm. Es kommt ein bekannt vor, jüngeres, mädel, älterer Herr. Es kommt ein sehr bekannt vor. Can you show me Wolfgang's library? How do you know about his library? When we talked on the phone, he said he was going to do some research in his library. I thought maybe if I saw what he was researching. Ah, yeah. A good idea, Herr Knight, but I'm afraid I cannot show you the library. You see, I have never been in it. Only a Schattenjäger can enter the library. I see. Oh, nothing, never mind. As you like, Herr Knight? Tell me something about the Ritter family. I can tell you what they say in the village. What I heard when I was small. To the villagers, the Ritters are a little, how do you say, tragic to be pitied. They say that the Ritters were chosen by God to fight evil. But something happened. One of them was cursed, and so the Ritters lost the way. They struggle still, but like a lame dog, you see? Without the power or magic they once had. Hmm. Tell me something about Schloss Ritter. Schloss Ritter has stood for many centuries. No one knows how long. It was once the pride of Bavaria, but now it is in disrepair. Wolfgang received offers to open the castle for tourists. He has resisted, though, even though the castle is in desperate need of repairs. To him, this ground is sacred. Tell me something about yourself. I was born in Rittersburg, the village below the castle. Hmm. Gut, es reicht erst mal. Lass uns mal das Haus angucken. Übrigens hat Schloss Rittersburg, auch wenn sie es jetzt nicht... Rittersburg, äh, Schloss Ritter. Auch wenn sie es gerade nicht so anhört, äh, zwei der besten Musikstücke im ganzen Spiel. Die kommen später aber erst noch. Ähm, lassen wir erst mal kurz hier hin. Na, kommt da rein. Hallo. Mal sehen, wie sie guckt. Uh, guckt auf den Arsch. Aha, in der Kapelle. Ein wunderschönes Kirchenfenster zeigt den legendären Kampf zwischen St. Georg und dem Drachen. Aha. An beiden Seiten der Kapelle hängen jeweils drei bemalte Holztafeln. Gebel hat keinen Schimmer, was sie bedeuten. Noch nicht. Mit Bänke und ein Altar. Ein schlichter Altar aus Holz steht im Mittelpunkt der Kapelle. Äh, äh, ein gepolstertes Kniebändchen auf dem Boden sieht so aus, als würde der Altar tatsächlich als Gebetsort benutzt. Gut, ich habe hier noch nicht viel tun bis jetzt. Ich wollte mir das mal zeigen, schnell. Lass uns mal hochgehen zum Wolfgangs Bedroom, also Schlafzimmer. Wo eine der besten Musiken des ganzen Spiels beginnt.